Musik Hallo und herzlich willkommen hier bei 35 Grad im Schatten in Deutschland, in Sachsen, in meiner Heimatstadt Willkommen zurück zu einem neuen Hero Zero Part Ja, gestern kam ja leider keiner, ich hatte es ja angekündigt, mein Bruder hatte Geburtstag Und da habe ich leider keine Zeit gefunden, um hier einen schönen Part für euch aufzunehmen Deswegen ist auch mein Plan, jeden Tag in dieser Woche ein Hero Zero Let's Play hochzuladen Um mit dem Resümee vom jedweiligen Tag etwas, ja, halt jetzt aus den Fugen geraten Deswegen heute kommt jetzt das Let's Play vom gestrigen Tag, also vom Mittwoch Und heute in der Nacht kommt das Let's Play bzw. das Resümee vom heutigen Tag, vom Donnerstag Und dann sind wir wieder on top Dann kommt morgen am Nachmittag das Readme, was ich schon lange angekündigt habe Aber was ich noch nicht geschafft habe, aufzunehmen Also wie gesagt, bis morgen habt ihr noch Zeit, Readme PNs zu schreiben Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kritik, Lob, einfach in den Betreff Readme schreiben Und ich lese sie morgen vor der Kamera vor Nein Oh, Glück gehabt Okay Ähm, genau Und ja, wirklich, ich schwitze mich hier zu Tode Das ist wirklich nicht mehr normal, was das Wetter gerade mit uns macht Erst Flut, ähm, sehr viel Regen Oh, oh, oh Sehr viel Regen, und jetzt auf einmal kommt alles mit einmal Boah, das war wirklich nicht schön Gestern schon nicht, vorgestern nicht Und heute ist irgendwie nochmal so richtig hart Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so Und das Einzige, was mir hilft, ist, dass ich mir heute ein Ventilator So ein Stehventilator, Standventilator besser gesagt, gekauft habe Den kann ich aber jetzt gerade nicht anmachen, da der dann ziemlich ins Mikrofon pustet Und das wäre nicht so toll für die Soundqualität Ja, was ist gestern alles so passiert Es gab 600 Energie für jeden Das heißt, die normale Energie Lol, was erzähle ich denn? 600? Nein! Quatsch! Ähm, die normale Energie hier wurde verdoppelt Das heißt, ohne Trophäen sind das 200 Und die viermal aufladen sind nochmal 200 Die wurden aber nicht verdoppelt Also insgesamt 400 Energie 400 Energie musste man wegmachen Wenn man Trophäen hat, dann halt die 20 auch nochmal verdoppelt Das heißt, wir hatten gestern 200 Also mein Team hatte gestern 240 Energie zu verdödeln Plus die viermal aufladen Das heißt, 440 Energie musste geschafft werden Das sind in Stunden, wenn man sich das ausrechnet 5 Ja, sieben Stunden, glaube ich Ja, ungefähr sieben Stunden, glaube ich Ähm, plus die 50 Minuten von dem Training Wenn man Trophäen hat, wie wir sie Wir haben noch drei Trophäen Das heißt, ähm, ja Also man hätte ungefähr bestimmt neun Stunden vom PC sitzen müssen Und was macht Hero Zero in so einem Moment? Ja, natürlich, da kommt um elfmal fix eine Schurke vorbei Den man mal noch nebenbei angreifen soll Also das fand ich wirklich ein bisschen sinnlos Da musste man ja dann schon fast Donuts rausschmeißen Und nicht den kompletten Tag vorm PC zu sitzen Sondern das lehrte noch ein bisschen genießen zu können Ich habe mich dem ganzen Stress weggewandt Hab kurz nach 0 Uhr angefangen Meine kompletten Donuts da rein zu pushen Komplette Energie einfach mit Donuts runtergenommen Diesmal habe ich ein bisschen drauf geachtet Dass ich die 2 Minuten Mission wirklich aussitze Weil ich hatte die Zeit nachts Aber 3 Minuten Mission Und auch die anderen Zeitmissionen Habe ich dann natürlich auch verdonutet Weil ich ja nicht stundenlang vorm PC sitzen wollte Und ja, da war ich dann innerhalb von einer Stunde durch Habe ich alles gemacht Die haben komplett 4 oder 40 Energie weggehabt Und als Resümee vom Tag 4 standen dann zu Buche 120 gewonnene Missionen 9 verlorene Missionen Und 19 Zeitmissionen Das sind insgesamt 140 Missionen Die ich gestern absolviert habe Das ist wirklich unglaublich Dann noch die 25 Trainingseinheiten von uns Und den Schurken Schurken kommen wir gleich zu sprechen Erstmal zu den Missionen Ich fand es schon ein bisschen komisch Ich habe wirklich bei jeder Mission Mein Konditionsequipment angehabt Die ganze Stunde über hatte ich Konditionsequipment an Und trotzdem habe ich 9 Missionen verloren Ich weiß nicht wie das funktioniert Ich kann es mir selbst nicht erklären Okay, die Chance bei 140 Missionen Gar keine zu verlieren Ist so gut wie 0 Also wer gestern es geschafft hat Keine Mission zu verlieren Schwere Mission Dem herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus Aber wie gesagt 9 Missionen ist trotzdem okay Ich war dann eine lange Zeit gestern auf Platz 1 Oh, ich dödel Dummheit Nummer 2 am heutigen Tag Komme ich auch gleich Ne, komme ich heute Abend zu sprechen 1, 2, 3, 4, 5 Zack, zack Ja, auf jeden Fall Ja, ich war da auf Platz 1 Jetzt bin ich nicht mehr auf Platz 1 Ich bin auf Platz 4 gerutscht Kor hat sich jetzt ordentlich durchgedonutet Gehe ich davon aus Weil der war vorhin Vor ungefähr einer halben Stunde noch unter mir Gerstie und Tannatus haben wahrscheinlich schon ein bisschen was Betriebe für unsere Tannatus noch nicht Der war ja immer schon vor mir Aber Gerstie hat sicherlich heute schon ein bisschen was gemacht Und dann müssen wir mal schauen wie es heute Abend aussieht Auf jeden Fall war ich am gestrigen Tag auf Platz 1 Am Ende dann nicht mehr Da war noch Tannatus über mir Aber Gerstie war unter mir So Und dann Ich hab's gerade schon angesprochen Schurke war da Der Schurke war da Ich hab glücklicherweise Ohne Witz Ich muss mal kurz gucken Ob ich es hier schaffe Kurz einzufangen Ähm Wie mach ich das jetzt am besten Leute, Leute, Leute Ähm Zack, 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 zack So Jetzt mach ich jetzt mal kurz neben euch Ähm Wo ist denn das Der Screenshot Ich hab gestern extra Screenshot gemacht Genau Hier seht ihr es Zack Zack Screenshot vom Schurke 85 Millionen Schaden hatte er Also Also Leben Also es ist fast gar nichts Wenn man sieht, dass der letzte 190 Millionen hatte Und ja Insgesamt nur 9500 Angriffe Es war schon Gut, dass sie nicht so viel Leben gemacht hat Das wäre dann wirklich unverschämt gewesen Ja Und ich hab den Ungefähr halb zwei entdeckt Da hatte er noch 13 Millionen Leben So Und da dachte ich mir Ah Mist Da muss ich jetzt nochmal durchdonaten Da hab ich komplett Die 157 Angriffe Mit Donuts gefüttert Und Am Ende Wirklich Glücklicherweise Ich wollte einfach nur unter den Platz 10 Und am Ende dachte ich mir dann so Okay Können wir ja mal den Siegtreffer versuchen Ja Und was passiert Zack Fabi schafft den Siegtreffer Und was war als Belohnung Das hatte ich davor gar nicht gesehen Der Helm Bäm Motherfucker Ja Ich hab's geschafft Endlich meinen ironischen Helm Der Suckerkraft Zu bekommen Das war wirklich einfach nur Lack Also wenn ihr mich jetzt fragt Ja Wie hast du das geschafft Und das geht doch gar nicht Und so Es war wirklich absolutes Lack Ich hab einfach gewartet Er hatte dann noch 300.000 350.000 Da hab ich dann noch einen Angriff durchgemacht Dann hatte er Nach meinem Angriff noch 130.000 Da dachte ich mir so Okay Warte ich jetzt 2 Sekunden Hab so Ne 3 Sekunden hab ich gewartet 1 2 3 Dann hab ich angegriffen Und dann als ich den Angriff durchgeführt hatte Hatte der 19.000 Leben Und die hab ich natürlich Erledigt Und dann hab ich den Siegtreffer gehabt Das war sehr gut Sehr gut war das So Diesmal mach ich nicht den Fehler Und mach Hau hier mal wieder Konditions Equipment rein Jetzt seht ihr mal wie das aussieht Wenn ich das hier Mache Zack Zack So Konditions Equipment drin So Ja und das war super Denn der hatte auch noch Plus 27 Ähm Total Also plus 27 Skillpunkte Hat er mir gebracht Und Ja Einsame Spitze Und deswegen gibt es jetzt auch Das kleine Special In dem ich hier Mich ironisch Ausrüste Das wird aber erst Nein Wird es in dieser Folge passieren? Hm Gute Frage Soll ich es in dieser Folge machen Leute Was sagt ihr? Hier seht ihr den Helm Er ist schon da Plus 60 im Vergleich zu meinem Kondi Equipment Hm Soll ich es machen? Soll ich es machen? Nein Ich mache es natürlich nicht Denn Dafür gibt es Das Die heute Heute Abendsendung Ich werde es in der heutigen Abendsendung machen Da bin ich mit meiner kompletten Ähm Mit meinen kompletten Erfahrung durch Das heißt ich hab nichts mehr Zu tun Und dann kann ich mich auch komplett ironisch ausrüsten Und da mal noch ein paar Ähm Angriffe starten Gegen andere Leute Mit meinem Iron Iron Man Vollequip Ja das wird heute Abend gestartet Deswegen ist die Folge heute auch ein etwas kürzer Wie gesagt Gestrigen Tag 120 gewonnene Missionen 9 verlorene Missionen Und 19 Zeitmissionen Komme ich auf 140 Missionen An dem Tag 4 Und heute bin ich auch schon wieder ordentlich am Schreiben Ähm Aber Was da so auf meinem Zettel steht Werdet ihr heute Abend mitbekommen Ich werde auch gleich noch die Minecraft Folge Die zweite Minecraft Folge Von Feed the Beast Hochladen Ich hoffe das gefällt euch auch Guckt da mal rein Und ich würde sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Schlimmer Stämmer Stämmer